Die Belagerung von Paris dauerte vom 19. September 1870 bis zum 28. Januar 1871 an. Das Zweites Kaiserreich ging darin unter, was zu der Gründung der Dritten Französischen Republik führte. Diese Schlacht beendete den Deutsch-Französischen Krieg und führte zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Hintergrund Schon Mitte August 1870 war die Deutsche Dritte Armee im Anmarsch auf Paris. Auf Befehl des Generalstabschefs Moltke musste diese Armee dann nordwärts schwenken, um die französische Armee Meckmauns, bei der sich auch ohne Kommando, Kaiser Napoleon III. befand gegen die belgische Grenze abzudrängen. König Wilhelm I., der die deutschen Truppen persönlich anführte, konnte diese Armee am 1. September in der Schlacht bei Sedan besiegen und am Morgen des 2. Septembers zur Kapitulation zwingen. In Paris wurde unter dem Druck der Bevölkerung am 4. September 1870 DK Sekunden Kaiserreich beseitigt und die Dritte Republik proklamiert, der General Louis. Julius Trochu wurde der erste Präsident des Ministerrates Regierung der nationalen Verteidigung. Trochu war zugleich Generalgouverneur von Paris und Oberbefehlshaber der dortigen Streitkräfte. Die bei Sedan frei gewordenen deutschen Armeen der Kronprinzen von Preußen und Sachsen marschierten sofort Richtung Paris weiter, um durch die schnelle Einnahme der französischen Hauptstadt den Krieg beenden zu können. Das VI. Armeekorps unter General von Tümpling stand als Vorhut der Dritte Armee bereits in Reims. Der Weg nach Paris war frei. General Louis Jules Trochu war noch von Napoleon zum Militärgouverneur von Paris und Leiter der Verteidigung von Paris ernannt worden und wurde in dieser Stellung von der neuen Regierung bestätigt. Das französische XIII. Korps unter General Joseph Vinoy war der Katastrophe von Sedan entkommen und verteidigte mit seinen Kerntruppen die Südfront, der Stadt zwischen Kriteil über Skobis-Mueden. Zusammen mit dem neu aufgestellten XIV. Korps des Generals Auguste Alexandre du Crote, das hinter der westlichen Flussschleife der Seine zwischen Mont Valerien, Saint-Germain, sicherte, waren die Linientruppen etwa 90.000 Mann stark. Weiters wurden zur Sicherung im Nordteil der Stadt von Saint-Denis über Les Bourges bis Champigny 115.000 Mann Mobilgarde, 14.000 Marine-Soldaten und 130 Bataillone an unzuverlässigeren Nationalgarden zusammengezogen. Diese Truppen hatten zusammen eine ungefähre Stärke von 350.000 Mann, davon etwa 5.000 Mann an Kavallerie. Nach der Einschließung beauftragte die Regierung den bisherigen Innen- und jetzigen Innen- und Kriegsminister Leon Gambetta, der zusammen mit einigen weiteren Ministern die Delegation der Regierung in Tours bzw. Bordeaux bildete, mit der Organisation der gesamten nationalen Verteidigung außerhalb von Paris gegen die anrückenden deutschen Heere. Gambetta hielt die erfolgreiche Fortsetzung des Krieges für möglich, da Frankreich noch überweite mehr als zwei Millionen wehrfähige Männer, beträchtliche Mengen an Waffen und Munition und offene Seehäfen verfügte. So wurde an der Leure mit der Aufstellung der Loire-Mais unter General Aurelle begonnen, sie sollte später versuchen, das belagerte Paris vom Süden her zu entsetzen. Deutscher Anmarsch und Einschließung von Paris Am 10. September hatte das Gros der deutschen Dritte Armee unter Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen die Linie Dormenz-Sesanne erreicht. Das vorgeschobene V.I. Korps überschritt bei Chateau Thierry die Mane. Am 16. September stand die Armee des sächsischen Kronprinzen Albert von Sachsen bei Nathalie. Die 5. Kavallerie-Division hatte Beaumont und die 6. Kavallerie-Division St. Dennis erreicht. Das deutsche Hauptquartier wurde nach Moe vorverlegt. Das der Dritte Armee unterstellte 2. Bayerische Chor unter General Jakob von Hartmann überschritt die Seine bei Corbeil-Essonnes. Die Eisenbahnstrecke zwischen Paris und Orleans wurde unterbrochen. Kronprinz Albert von Sachsen erreichte beim Anmarsch auf das nördliche Vorfeld der Stadt mit dem 12. Armeekorps unter Prinz Georg von Sachsen-Kley mit dem Garde-Korps unter Prinz August von Württemberg mit Rie und dem IV. Armeekorps unter Gustav von Alpensleben da Martin, die dabei vorgehende Kavallerie überschritt bei Pontoise die Euse. Die im Süden von Paris aufmarschierende Dritte Armee wurde bereits am 18. September durch Truppen Winneus nahe Villeneuve-Saint-George angegriffen. Um das dortige Versorgungslager zu schützen, sie wurden aber vom Artilleriefeuer des preußischen V. Armeekorps zurückgedrängt. General Hugo von Kirchbach besetzte nach dem Gefecht bei Skow am 19. September Versailles. Das auf gleicher Höhe aufschließende Barische II. Korps erreichte Langemo und richtete sich an der Südfront in den Folgetagen auf der Hochebene von Beistroy ein, im Osten bei Villers besetzte. Vorerst das VI. Korps bei der Ufer der Seine. Die anmarschierende Württembergische Felddivision unter General Hugo von Obernitz sicherte vorerst im Osten die Mahnübergängen bei Lackny und Gunay. Die Armee des Kronprinzen Albert von Sachsen schloss Paris im Norden und Osten, die Truppen des Kronprinzen von Preußen im Süden und Westen ab. Die Trennlinie beider Armeen, die Paris insgesamt mit sechs Korps umschlossen hielten, bildete die Seine. Die Belagerung Am 19. September 1870 war Paris vollständig umzingelt und die Belagerung begann. General Moltke hielt seine Truppen außer Reichweite der Festungsartillerie und zog im Raum Versailles seine Reserve, das XI. Armeekorps heran, weil mit rückwärtigen Angriffen der sich an der Leure bildenden feindlichen Kräfte gerechnet werden musste. General Trochu hatte wenig Vertrauen in die Fähigkeiten der Nationalgarde, die die Hälfte der zur Stadtverteidigung bestimmten Truppen ausmachte. Anstatt dem Angriff der Deutschen zuvor zu kommen, hoffte er, dass die Initiative von Moltke ausgehen werde. Moltke machte jedoch keine Anstalten, Paris anzugreifen. Trochu änderte seinen Plan und erlaubte Vinoy, einen Ausfall aus der südlichen Front zu versuchen. Vinoy griff am 30. September Schewilli mit 20.000 Soldaten an, wurde jedoch vom VI. Korps der Dritte Armee zurückgeschlagen. Das Schloss Versailles diente ab 6. Oktober König Wilhelm, dem deutschen Generalstab und dem Stab der Dritte Armee des Kronprinzen von Preußen als neues Hauptquartier. Der preußische Ministerpräsident Bismarck schlug vor, Paris mit Artillerie zu beschießen, um eine schnelle Aufgabe der Stadt zu erzwingen. Konnte sich damit aber vorerst trotz der Unterstützung Runch des sächsischen Kronprinzen Albert Stosch, des königlichen Flügeladjutanten Waldersees UR, nicht gegen zahlreiche Widerstände durchsetzen. Während König Wilhelm und vor allem der Kronprinz Friedrich Wilhelm die psychologische und politische Wirkung in Drittstaaten wie England gegen den Vorschlag anführten, wies Moltke auf die logistischen Probleme hin. Der ursprünglich aufgestellte Belagerungspark war bereits vor den ostfranzösischen Festungen eingesetzt. Außerdem war die Bahnverbindung zu diesem Zeitpunkt noch unterbrochen. Der in Deutschland neu aufzustellende Belagerungspark für Paris hätte die ohnehin angespannte Nachschubsituation weiter verschärft und wäre, hätte die Belagerung wegen französischer Offensiven aufgehoben werden müssen, verloren gewesen. Es wurde auch befürchtet, dass eine schnelle französische Kapitulation die frischen französischen Truppen unbesiegt zurücklassen werde, was den Franzosen die Möglichkeit gebe, schon bald einen neuen Krieg anzuzetteln. Die französischen Truppen müssten zuerst vernichtet und Paris ausgehungert werden. Moltke befürwortete beim König daher die spätere Heranführung des Belagerungsgerätes für die Zanierung der Stadt und organisierte derweil die Einschließung mit noch unzureichenden Mitteln. Mit dem Fall Tuls am 23. September und Straßburg am 28. September wurde ein großer Teil des für die Belagerung von Paris notwendigen Materials verfügbar. Außerdem verringerte sich die mit Pferdefuhrwerken zu bewaltigende Strecke auf rund 25 Kilometer. Stärkere Anstrengungen, die Belagerungsgeschütze samt rund 2500 T-Munition in die Stellungen vor Paris zu bringen, wurden jedoch erst ab Anfang Dezember unternommen, nachdem der König Rhon das Transportwesen überantwortet hatte. Am 7. Oktober gelang es einigen Vertretern der Republik mit zwei Ballons das belagerte Paris zu verlassen. Unter ihnen befand sich auch Leon Gambetta, der in der folgenden Zeit neue Truppen aufstellte, um mit diesen Entsatz Angriffe auf Paris zu führen. Am 13. Oktober wurde das 2. Bayerische Chor aus Chatillon vertrieben. Die Franzosen mussten sich allerdings aufgrund von bayerischem und preußischem Artilleriebeschuss und einem deutschen Gegenangriff zurückziehen. Zwischen dem 10. und 16. Oktober erhielt die deutsche Einschließungslinie erhebliche Verstärkung. Die nach dem Fall der Festung Thul frei gewordene 17. Division unter General Gustav von Schimmelmann wurde zwischen den Bayern und dem V. Kur bei Meuden eingeschoben und die vor Straßburg abgelöste Garde Landwehrdivision des Generals von Löhnen rückte bei St. Gemmer in die Front ein. General Kerry de Bellemare kommandierte die Verteidigung im Nordabschnitt der Stadt bei St. Dennis. Am 29. Oktober griff er ohne einen Befehl dazu erhalten zu haben, die preußische Garde bei Les Bourges an und nahm den Ort ein. Die 2. Garde-Division des Generals Rudolf von Budritski hatte allerdings nur geringes Interesse, ihre Positionen im Dorf zurückzuerobern. Dennoch befahl Kronprinz Albert, den Ort einzunehmen. In der Schlacht von Les Bourges gelang es den preußischen Truppen, diesen zurückzuerobern und ca. 1200 Franzosen gefangen zu nehmen. Nachdem man von der französischen Kapitulation in Metz und der Niederlage bei Les Bourges erfahren hatte, begann die Moral der Pariser Bevölkerung zu sinken. Die Bevölkerung begann unter den Auswirkungen der deutschen Blockade zu leiden. Mit dem Ziel, die Moral zu erhöhen, veranlasste Trochu die größte Attacke von Paris aus am 30. November, obwohl er nur eine kleine Hoffnung auf einen Durchbruch hatte. Trotzdem sandte er General Ducot mit 80.000 Mann bei Champigny-sur-Mane, Crotel und Villiers-sur-Mane gegen die Preußen. Er konzentrierte sich auf das Überwinden des Belagerungsrings im Südosten der Stadt, um auf Fort-en-Blo durchzubrechen. Bei einem erfolgreichen Vorstoß wären außerdem alle deutschen Truppen südlich und westlich von Paris von ihrer einzigen Bahnlinie für Nachschub über Lagné abgeschnitten worden. Ohne diese Bahnlinie wäre den Deutschen die Fortsetzung der Belagerung kaum möglich gewesen. In der Schlacht bei Villiers schafften es die Franzosen, Positionen bei Crotel und Champigny zu erobern und zu halten. Am 2. Dezember schlug die württembergische Division die Truppen du Kruz hinter die Verteidigungslinien zurück und beendete diesen Kampf siegreich am folgenden Tag. Während der Wintermonate begannen die Spannung im preußischen Hauptquartier zu steigen. Für Bismarck war der Besitz von Paris der Schlüssel, um die Macht der republikanischen Führer Frankreichs zu brechen, den Krieg in angemessener Zeit zu beenden und die friedlichen Beziehungen Preußens zu den neutralen Staaten zu sichern. Helmut von Moltke machte sich Sorgen über den Nachschub während der Wintermonat, da Krankheiten wie Tuberkulose unter den belagernden Truppen ausbrachen. Zusätzlich dauerten auch die Kämpfe der Leure-Kampagne gegen die neu gebildete französische Loire-Mais an. Moltke und der Stabschef der Dritte Armee, General Leonhard von Blumenthal, waren in erster Linie mit einer geordneten Belagerung beschäftigt. Dabei die Alleinstehenden vor, um die Stadt langsam zu zernähren, dieses aber bei minimalen deutschen Verlusten zu erreichen. Mit der Zeit kam aber die Befürchtung auf, ein unnötig in die Länge gezogener Krieg werde die deutsche Wirtschaft zu sehr belasten, eine andauernde Belagerung könne das französische Verteidigungsministerium hoffen lassen, dass Deutschland immer noch zu besiegen sei. Eine verlängerte Belagerung würde Frankreich auch erlauben, seine Armee wiederherzustellen und neutrale Drittstaaten davon zu überzeugen, gegen Preußen in den Krieg zu ziehen. Nach dem vollständigen Aufmarsch der Artillerie begann der Beschuss der Paris-Vorgelagerten vor. Auf der Ostfront am 27. Dezember 1870 um 7 Uhr mit 76 Geschützen, auf der Südfront am 5. Januar 1871 mit 98 Geschützen. Obwohl die Vorder-Südfront über 402 Geschütze verfügten, die der Ostfront über 191, gelang es der Belagerungsartillerie, die vor nach und nach niederzukämpfen, sodass die deutschen Vorposten und auch ein Teil der Batterien weiter vorgeschoben werden konnten. Dann begann auch die Beschießung des Stadtgebietes mit 300 bis 400 Granaten. Am 19. Januar 1871 unternahmen rund 90.000 Mann in drei Kolonnen unter dem Befehl Trochus einen letzten Durchbruchversuch nahe dem preußischen Hauptquartier westlich von Paris. Der Kronprinz von Preußen schlug die Attacke aus dem Fort am Mont Valerien mühelos zurück. Auf französischer Seite fielen über 4000 Soldaten. Auf deutscher Seite nur 600. Trochu trat als Militärgouverneur zurück und übergab General Josef Winneu das Kommando der 146.000 Mann starken. Garnison. Für den 20. Januar war ein weiterer Angriff geplant. Die zurückgehenden Franzosen zogen sich daher nur bis zum Fort Mont Valerien zurück und sammelten sich dort für einen weiteren Angriff. Dieser unterblieb jedoch wohl auch weil zu diesem Zeitpunkt bekannt geworden war, dass die Loireme geschlagen war und das strategische Ziel einer Vereinigung nicht mehr erreicht werden konnte. Ab 15,00 Uhr am 20. Januar beriet die Regierung zusammen mit den 20 Arrondissementsbürgermeistern die Lage. Am 21. Abmittag mit den militärischen Führern. Diese erklärten, ein neuer Ausfall werde nur zu einer neuen Niederlage führen und man dürfe ihn deshalb nicht unternehmen. Am 22. Januar fand ein Aufstandsversuch einiger Bataillone der Nationalgarde unterstützt von Teilen der Bevölkerung statt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Mehlvorräte für die Bevölkerung nicht, wie bislang berechnet, bis zum 1. Februar, sondern nur noch bis zum 24. Januar reichten. Diese Gesamtlage bewog die Regierung, zwar unter Information, aber ohne weitere Abstimmung mit der Delegation in Bordeaux, um Waffenruhe bei den Deutschen anzusuchen. Julius Favre richtete am 23. Januar abends ein entsprechendes Schreiben an Bismarck und erschien am 24. nachmittags persönlich in Versailles und verhandelte mit Bismarck die Bedingungen des Waffenstillstandes. Am 26. Januar wurde das Bombardement eingestellt. Am 28. Januar 1871 unterzeichnete man den Waffenstillstandsvertrag, der für Paris am 29. in Kraft trat. Ergebnisse Die deutschen Truppen gewannen den Deutsch-Französischen Krieg. Am 18. Januar 1871 wurde im Schloss Versailles Wilhelm I. zum deutschen Kaiser proklamiert. Gleichzeitig erfolgte die deutsche Reichsgründung. Die vier süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen wurden zusammen mit den Staaten des Norddeutschen Bundes unter der Führung Preußens zum neu gegründeten Deutschen Reich vereinigt, wie es bereits in den November-Verträgen beschlossen worden war. Am 8. Februar wurde eine französische Nationalversammlung gewählt. Diese trat am 12. in Bordeaux zusammen und wählte am 17. Adolphe Thiers zum neuen Regierungschef. Thiers verhandelte zusammen mit dem alten und neuen Außenminister Favre ab 21. Februar in Versailles über einen Friedensvertrag. Am 26. Februar wurde der vorläufige Friedensvertrag dort unterzeichnet, der endgültige Friedensvertrag am 10. Mai 1871 in Frankfurt-Main. Eine Bedingung erreichte für den 1. März den kurzen Einzug der Sieger in der Stadt. Ein anderer Punkt sah die Stationierung einer deutschen Garnison in Paris vor. Bismarck verzichtete auf eine längere Besetzung von Paris, erreichte aber von der französischen Republik die Abtretung Elsass-Lautringens an das Deutsche Reich. Pariser Kommune während der Belagerung Gegenüber der französischen Regierung wuchs während der Belagerung durch die preußische Armee zu sehens der Unmut der Pariser Bevölkerung. So dass am 18. März 1871 nach dem Vorbild der französischen Revolution ein Aufstand ausbrach. Paris wurde während etwa drei Monate durch die Pariser Kommune beherrscht. Siehe auch Pariser Ballonpost wie bei der Drust Normally Betracht Untertitelung von Max